Mein Name ist Bianca Kästen und ich stehe nicht alleine hier. Mein Name ist Bernd Kuhlmann und wir sind als Landesdirektoren verantwortlich für die Zusammenarbeit mit den Großsparkassen. Wir hatten das große Vergnügen, gestern und heute hier in Königswinter auf dem Petersberg den Erfahrungsausschuss der Großsparkassen durchzuführen. Dabei ist wieder mal deutlich geworden, wie wichtig es ist, sich in den Dialog zu begeben und sich persönlich auszutauschen. Bianca, über welche Themen haben wir gesprochen? Ja, vorweg, wir hatten ganz tolle Gäste, tolle Stimmung, du hast gerade schon Dialoge angesprochen. Haben aber auch über Herausforderungen, die uns aktuell umtreiben, gesprochen und mit den Sparkassen gemeinsam Lösungen erarbeitet. Zwei tolle Keynotes darüber hinaus, Dr. Thomas Ramde zum Thema KI und Benedikt Böhm zum Thema Resilienz. Und wir hatten eine tolle Abendveranstaltung mit der Wortverleihung für die erfolgreichsten Sparkassen. Jetzt danken wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den engagierten Austausch und unseren Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Vorbereitung der Veranstaltung. Wir freuen uns bereits heute auf die nächste Veranstaltung im Sommer 2025. Vielen Dank. Vielen Dank.